Mein Name ist Rob Muffels und ich schwimme die zehn Kilometer im Freiwasser. Ich musste früher schwimmen lernen für die Wassersicherheit. Ich habe mich für das Freiwasserschwimmen entschieden, weil das einfach noch viel härter ist als das Beckenschwimmen. Man hat die Wellen, man hat die Hitze, die Kälte und man hat noch den direkten Kontakt zu seinen Konkurrenten. Ich bin sehr, sehr zielstrebig und arbeite ziemlich hart. Ich möchte am Ende als Gewinner herausgehen aus dem Wettkampf und deswegen ist das Training gar kein Problem. Leute, die es momentan schwer haben während der Corona-Pandemie, kann ich eigentlich nur sagen, dass sie versuchen müssen durchzuhalten, sich an ihre Liebsten wenden und gemeinsam kommt man da besser durch die Zeit durch.